Wie ist der Tag der Sozialen Gerechtigkeit? Wie ist der Tag der Vereinten Nationen? Wie ist ein idealer Zustand eines sozialen und verträglichen Miteinanders zu organisieren? Wie ist ein angemessener, ganz wichtig, unparteilicher und auch noch wichtiger einzufordnender Ausgleich der Interessen und der Verteilung der Güter und der Chancen zu bewerkstelligen? In Deutschland, ich komme jetzt mal mit ein paar Worten, wenn es recht ist, auf Deutschland zu sprechen. In Deutschland ist das Leitbild eines sozialen gerechten Staates im Grundgesetz verankert. Also ganz genau in Artikel 20 Absatz 1, das sogenannte Sozialstaatsgedanke. Danach soll jedem Bürger eine existenzsichernde Teilhabe an den materiellen und, wieder ganz wichtig, auch an den immateriellen Gütern der Gemeinschaft sicher sein. Jeder Bürger soll ein Leben in Würde und Selbstachtung führen können. Aber das ist ein Leitbild und das Leitbild ist auch ein Ideal. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht perfekt. Auch wir haben noch vieles zu tun, was nicht ganz in Ordnung ist. Denken Sie an Kinderarmut, an die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen und auch an Defizite im Bildungssystem. Ein großes Stichwort und sehr häufig diskutiert ist die mangelnde Durchlässigkeit. Ich möchte gern noch einen Gedanken hinzufügen, den ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Und das ist nämlich Globalisierung, die ihrerseits auch wieder Herausforderungen stellt und auch das Ideal der sozialen Gerechtigkeit für neue Herausforderungen stellt und neue Fragen aufwirkt. Und Gerechtigkeit, darum geht es nicht nur innerhalb der Gemeinschaften, sondern auch zwischen den einzelnen Staaten. Wie ist hier ein fairer Ausgleich zwischen den Staaten zu bewerkstelligen? Und das berührt eine Kernaufgabe unserer Außenpolitik. Und insofern bin ich heute besonders froh darüber, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung und der Namensgeber Friedrich-Ebert steht wie kaum ein anderer für das Postulat der sozialen Gerechtigkeit, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung dieses Thema heute aufgenommen hat und uns alle anregt, über dieses Postulat im Rahmen der Außenpolitik oder im Rahmen der Innenpolitik nachzudenken. Vielen Dank. Vielen Dank.